unser schöner neuer grün leuchter hallo interessant bei dir haben gerade deine frisur kurz rum gespackt irgendwie liegt der noch eine suche auf dem feuer hier sagt macht man drauf wenn verbrennen dann alle hier bitteschön ordnungsgemäß wir brauchen nur 16 baumstände wer hat mir was gefragt was das beste jahr ja wieder da ja okay warte mal ich tue die mal entwürden ganz kurz ja grüßt ja wir hatten hier ein kleines problem und zwar ich kam bei dante immer abgehakt drüber braucht man der referenz wie es bei dir ankommt mein gelaber kommt eigentlich ganz klar und deutlich an also so wie immer ja gut also dann liegt es wahrscheinlich nicht unbedingt an mir oder wie dann der auch von mir festgestellt hat vielleicht muss ich das ganze erst mal einpegeln na gut ja mehr wollten wir eigentlich gar nicht na ach so ok ja gut ja 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 bis später wir können ja mal im auge behalten vielleicht finden wir ja wirklich irgendjemand noch woran es liegt da weiß nämlich jetzt gerade wieder war ok na ja wird ich so ich sehe mal noch nebenbei oder was wenn ihr das dann mit der besten klarkommt ja wenn es dann hart auf hart kann müssen wir mal gucken ob wir vielleicht deine speicherung hier auf meinen rechner kriegen sonst machen wir das halt von meinen rechner aus genau wir brauchen wir denn auch neun stück sehr schön es wird langsam weniger dann hat man den kleinen ersten teil fertig aber ansonsten so performance technisch ist es ja schon mal besser als früher mit den multiplayer ja gab es zu beginn ja wirklich richtige probleme oder eine dann irgendwas gesehen hat was der andere nicht gesehen hat wenn es dann regelrechte kannibalen ja gut ich sag mal so kleine dinge gehen wir noch aber wenn dann eine horde kannibalen kommt und zwei sehen es drei sehen es nicht noch nicht aber nicht das ist so jetzt kannst du gerade mal ganz kurz abgehackt dann das kann ja sein wenn man so ganz am mikrofon ist hier haben wir noch schön schön strammen baum ja 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 hab schon mitgekriegt ich ja so weiter nicht so schön ok ja wie gesagt im notfall gucken wir doch mal deine deine daten irgendwie auf meinen rechner kriegen der typie hat echt keine ausdauer das ist fast ein bisschen anstrengend und das jetzt auch gleich fertig halt das war das falsche das war die karte da wollte ich hin und zwar jetzt doch das nimmt doch so wir uns mal ganz kurz wie es dann aussieht theoretisch ja gar nicht so schlecht aber ich glaube wie es ist es mir gerade ist in die karte jetzt hier gerade warum da war schon wieder heißt antwortet nicht hallo wie kann ich mir das jetzt wieder weg machen dann versuchen wir das mal manuell jetzt nicht auch manuell alles bauen plattform plattform ist der unterschied eigentlich zwischen fundament und plattform ist überhaupt in so das wirst du ja eigentlich nicht mehr so gut alles klar aber nicht ich wollte jetzt gerade gar nicht das war zauern Ah, so war das. Okay, mal gucken, ob das jetzt hier so... Ich brauche da mehr Felder, da gab es was anderes ein. Ob kann man das so danach machen? Theoretisch kann ich ja hier alles... ... reinschieben. Sollte also eigentlich kein Problem sein. Na. Da-da-da-da-da-da-da-da. Was ist das hier? Ja. Gleich machen wir uns mal ja lang. Weiß man nicht, ob wir das hier auch gleich zumachen oder ob wir das so offen lassen. Soll abgehackt. Ähm, so... So kriege ich dann hier nichts rein, das ist schade. Das ist irgendwie etwas schade. Soll ich das hin ande mal gucken. Ah. Da, wo ihr... noch mal gucken ich hatte das etwas anders erhofft aber okay gut ansonsten bauen wir hier irgendwie die defense rein das ist doch so weit alles richtig so weit passt das alles frage ist dann wo wollen wir dann eigentlich in unser haus rein wollen wir ja vorne dann gleich so unseren eingang bauen oder weiter da drüben würde ja fast sagen hier würde sich doch ganz gut eignen ok es ist meine meinung kommt gleich was gerannt schade es geht mir so ganz wie ich das kocht habe jesu ja bin da brennt grad was panisch im kreis rum ja ich sehe es eine kleine fackel olympia olympia ansonsten hatte ich halt an hier so was gedacht also ist gerade kacke geworden das ist heute nicht so wie ich das wollte aber jetzt hier einfach nur so einen kleinen stehken ja ich bin weniger angriff fläche dass die irgendwie hier reinkommen muss ich versuchen richtig zu setzen ja meiner hat gerade irgendwie hunger probleme ja wenn das lustig danke ich hätte gedacht dass man das nimmt oder so ja ich wollte sie bitte näher hier rein haben so in dem boden so jetzt muss ich auch ganz schnell rein ich vorwere gerade ist ja noch das feuer ok ich will dann diesen scheiß knochen aufnehmen ich will ja feuer machen was da liegen knochen ja ja liegen knochen rum so sperr ich schon mal fix so fleisch auch schön das könnte ich gleich essen egal wir liegen noch zwei knochen rum genau hausi schlag sie so schön ich würde sagen gehen wir mal schlafen ja wieso denn das wäre jetzt aber doof wozu habe ich dann gerade was gegessen aber ich muss sagen der kronenläufer ist jetzt nicht so prägelnden ich denke mal das hängt mit der höhe zusammen müssen wir mal gucken wenn wir das laura fach haben wie es da aussieht so jetzt im dunkeln wieder losgehen sind eigentlich hier unten hier unten geht einigermaßen mit dem licht mit dem maus sieht man dass irgendein licht scheinen warum auch immer ein interessanter fehler was denn da unten an der mauer ist ein lichtschein vor der mauer so lichtkegel hast du denn auch genau hier ist bei jetzt da wo ich stehe ist bei mir ein lichtschein doch hier steht er irgendwo herum nicht hören aber irgendwie ist er nicht da das ist lustig ich höre jemanden aber ich sehe niemanden das ist interessant ja so ganz sicher ist das alles irgendwie noch nicht gruselig also ich sehe hier irgend so einen kannibalen die ganze zeit atmen willst du hörst ihn atmen ja ja ich höre eine atmen du hast gerade gesagt du siehst siehst einen atmen ja ok ich sehe gerade dass der stock einen schlangenkopf hat sand ja und deswegen ist hier auch so ein lichtkegel irgendwie komischerweise aber hier ist niemand hier müsste er sein ja ok genau interessant die kleinen fehler der spiele ja gut siehst du es wird sowieso gerade wieder hell passt ähm das klang gerade nicht gut ach das hatte ich das habe ich andauernd ok so nehmen wir dich gleich mit ich will sie dieses rumgeschreie habe ich ziemlich oft aber ob dann auch wirklich was kommt wenn man schon so eine andere sache das ist bisher auch nicht so oder die laufen immer perfekt an mir vorbei kann nur sein ich muss ja mal ganz kurz ja die sonne scheint mir ein zimmer das ist der bisch gehabt auch immer ganz angenehm aber ne wenn es dann direkt auf den monitor geht ernsthaft ne so äh was ne gut dann machen wir das mal so ne gut dann machen wir das mal so ähm ja jetzt noch treffen jetzt manchmal wäre es echt schön wenn du mehr als vier baumstimmen aus einem kack baumhaus kriegen würdest ähm 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 äh 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 Also, fünf Fuhren müssen wir fahren. Ja, zwei Freunden kriegen. Wieder mal irgendein Baumstamm im Weg. So, fehlt eigentlich nur noch, dass wir mit einer Spitzacke nach Eisen schürfen und... Wir haben uns eine Schnee dahin baut. Wir haben uns eine Schnee dahin baut.